Ich heiße Walter, bin 50 Jahre alt und bin in der Gastronomie tätig. An der Stoffwechselkur nehme ich teil, weil ich mich träge und schlapp fühle. Ich habe früher viel Sport gemacht und ich würde gerne wieder auf die Fitness, die ich mal hatte, wieder zurückkommen. Darüber hinaus habe ich eine sechs Monate alte Tochter und ich möchte da gerne fit sein, damit ich auch mit ihr spielen kann. Der Ernährungsplan für Walter basiert auf meinem Konzept des Säure-Basen-Haushalts mit mehr Frischprodukten, die eben basenüberschüssig im Körper wirken und dadurch vor allen Dingen den Leberstoffwechsel besonders gut aktivieren auf natürliche Art und Weise. Wir haben unser Programm in vier Wochen aufgeteilt. Und zwar starten wir mit dem E-Gym-Zirkel. Das ist ein geführtes elektronisches Gerätetraining. Das E-Gym finde ich sehr interessant, weil es ist sehr durchdacht, so ein bisschen spielerisch, nicht so langweilig. Und man trainiert halt jedes Körperteil, Beinpresse, Bauchpresse, Bizeps, Rücken. Jetzt, Woche zwei, ich zitiere Dustin, müssen wir aus der Komfortzone raus. Ich habe erwartet, dass ich nicht so fit bin, wenn ich trainiere und arbeite in Kombi. Aber je mehr ich trainiere, je fitter werde ich bei der Arbeit. Der Ernährungsplan besteht aus morgens Porridge, mittags Salat, abends Gemüse. Dann darf ich einmal am Tag ein Shake zu mir nehmen. Die Stoffwechselkur von Beluvia unterstützt den Stoffwechselprozess der Leber, damit die Leber nicht überlastet wird. Sündigen gibt es bei mir nicht. Ich ziehe das jetzt durch, das Programm. Und ich freue mich auf jeden Fall jeden Tag auf meinen Erfolg. Woche drei war trainingstechnisch Laufband angesagt, Liegestütze, Kniebeuge, also oft Körpergewicht. Körpergewichtstraining ist natürlich eine schwierige Geschichte für Menschen, die noch ein bisschen mehr Gewicht drauf haben, weil sie mehr bewegen müssen, als jemand, der leichter ist. Wenn Dustin mich eine Dreiviertelstunde durchs Gym jagt und hinterher noch Liegestütze machen muss, dann ist es schon hart. In der Woche vier haben wir funktionaler trainiert und dadurch versucht, noch mehr aus der Komfortzone zu kommen. Das heißt, wir haben teilweise schneller trainiert, um den Stoffwechsel zu aktivieren, kürzere Pausen eingebaut oder sogenannte Supersätze. Das heißt, wir haben zwei Übungen ohne Pause hintereinander gemacht. Ich habe mein Trainingsziel erreicht. Ich bin natürlich wahnsinnig stolz, dass ich mich da durchgebissen habe. War hart, aber hinterher mit einem Grinsen im Gesicht. Die letzten vier Wochen haben mein Leben stark verändert. Ich bin deutlich vitaler geworden. Ich bin fitter geworden und somit bin ich damit sehr zufrieden. Die Kur hat meine Erwartungen bei weitem übertroffen. Ich fühle mich wie ausgewechselt und ich hätte nicht gedacht, dass ich in so kurzer Zeit so viele Kilos runterkriege. Ich werde auf jeden Fall nach der Kur dabei bleiben. Ich möchte das Gefühl, das Körpergefühl nicht mehr verlieren, was ich dadurch erreicht habe. Ich bin agiler, ich bin beweglicher, ich bin gesünder.